Was war denn da? Ja, okay! Ey, also, ne? Hattest du nicht was anderes außer den Edding 800? Wie, leider nicht! Er besorgt den Kugelschreiber, er besorgt sich hier den Riesen-Edding und schreibt erst mal die Zahl von 170 Euro. Oder etwa das Haus von Nikolaus Trauer im Gespräch über das Hauschreiber. Los da doch! Ihr mit eurem ganzen dicken Prollkachel 2 Millionen schwer und so, hm? Denkt ihr echt cool auf dem Server? Schick mal, schick mal, schick mal, schick nen Dispatcher an die Kopf mit drunter. Der Welt hat jetzt die Musik angemacht, weil wir wissen schon, dass man die einpacken muss. Der geht jetzt weg. Alle Pullen sind Schweine, alle Pullen sind Schweine, alle Pullen sind Schweine, alle Pullen sind Schweine. Alle Bullen sind Schweine, alle Bullen sind Schweine, alle Bullen sind Schweine. Was ist das für ein Taxi unternehmen? Ja, mhm. Ja, warte! Ist das für ein Taxi unternehmen? Ah ja! Ja, da vorne ist auch noch einer, ne? Oh Gott! Das ich irgendwann die Liebe zum Waffenhandel entdeckt hab und einfach mit Containerschiffen to nih ja прошiffthab. Hmhm. Du, ich hab das komische Gefühl, dass ich Kopfschmerzen hab, bHbj. Wie jetzt?? auch nö es lief doch heute so gut okay oder also du auch oder wie service aus ganz normal reden sind sie heute länger da ich denke ich brauche heute ständig ein taxi ich war mir ja so tage der am samstag da versuche ich über auch noch was funktioniert wie früher aber im körper am mittwoch habe ich mir gedacht da schnuppere ich mal die tagesluft ja das auch in ihrem alter nicht verkehrt wo sind sie am stadtpark wieso das ist sehr laut bei ihnen wissen sie wie das lspd als wie in der polizeibehörde waren sie psychologe ich weiß ich hab kein auge gemerkt auf sie wirklich ich weiß alles gut ich weiß ich weiß bitte ich weiß was ist los rumgeflogen das war schon spaß du musst gleich wieder duschen also wie soll ich die mütze was los jemand wird mir was böses ich glaube es gibt irgendjemand der mich nicht mag vielleicht 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 aber viel zu werfen opi das ist auch gut so ganz froh sein dass ich dich hierhin gefahren habe gemeinsten das anders pummah wie soll ich jetzt machen nein wo gibt es denn beach sachen zu kaufen das ist eine gute frage in irgendeinem stock soll ich mal die anderen mädels fragen vielleicht wissen die das ja sie wissen das bestimmt ansonsten wie gesagt einfach ausziehen ich helfe dir einfach oberteil aus irgendwie irgendwie klemmt super warte mal die hose kriegen war noch runter bist du sicher oma das kann ich doch keinem erzählen das team zieht keine vorteile weil die wissen dass die wohnung frei sind nur mal so klingelt schweizkolle 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 und eben sage ich mal einfach den den alltag mal ein bisschen sacken zu lassen ich muss kurz weg da können sie sich gerne alle bedienen dort gibt es getränke schweizkolle 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 um das catering wir haben bürger im angebot wir haben tacos mit allen möglichen belegen da beziehungsweise mit erfüllung das geht alles aufs haus da dürfen sie sich gerne bedienen das müssen sie für nichts zahlen heute abend auch die getränke gehen heute abend aufs haus wir haben 30 auswahl wir haben die da wir haben rum da wir haben wein da 60 auswahl im g k